Hey Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zurück aus der Western World. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und heute gibt es einen klitzekleinen Livestream und zwar um 17 Uhr live Western World mit der Bahn. Es geht heute mal wieder um die U1, habe ich sie genannt, sieht man ja auch rechts, die bisher mit ziemlich vielen Commandblöcken gelöst ist. Nur, finde ich, sind das ein bisschen zu viele und deswegen machen wir das Ganze einfach mal heute besser. Es soll ja auch mal richtig gut funktionieren und deswegen würde ich sagen, diese Schienen werden nachher mit Leben erfüllt. Wir können uns ja mal kurz angucken. Das hier ist die bisherige Technik, die die Bahn antreibt. Die funktioniert mehr oder weniger zuverlässig, denn ich habe mit dem zweiten Bahnhof irgendwie, ich weiß nicht, ob der außerhalb des Bordshanks ist, aber eigentlich gemessen ist er noch im Spawnstruck drin, aber der Bahnhof funktioniert irgendwie manchmal nicht so, wie er es soll. Und von daher würde ich sagen, machen wir mal eine Wetzone-Technik, um mal zu gucken, ob der dann besser funktioniert. Gegebenenfalls werden wir auch mit zwei Accounts und so, also wir gucken uns das ganze System mal nachher an, was ich hier entwickelt habe. Ich würde das mal erklären und wir werden das Ganze dann so ein bisschen verbessern, dass das Ganze deutlich besser funktioniert und die Bahn dann hoffentlich auch zuverlässig läuft. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in der F5 sehen, ähm, gehen nochmal in Game Mode, dass wir uns nachher wiedersehen im Livestream. Macht's gut, bis nachher und ciao, Leute! Ja, Leute, ich würde sagen, 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 ich